So, hi ho Leute, willkommen bei Brennwert LP und willkommen zu einem weiteren Nicht-Instanzen-Video. Ja, der Feier ist hier und ich, ja auch. Und wir laufen mal du ein bisschen wieder rum. Genau, wir machen jetzt ein Let's Play von 60 auf 61. Ja, manchmal habe ich hier apropos, uh, ich kann wieder herstellen. Von woher denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, der Feier hat es gerade erwähnt, wir waren da, der Struggle heute. Der zweite Legi-Interne-Test ran, ne? Ja. Ja, der erste lief ganz gut, so dass wir eigentlich entschieden hatten, dass wir das vielleicht schon mal aufnehmen. Nur der zweite, wie es so immer ist, dann, naja, lief da ein bisschen was schief und haben das Ding abgebrochen. Also wir werden Lardis nochmal nachreichen irgendwann, aber momentan müssen wir doch ein bisschen feilen. Ja, wir müssen noch ein paar ausbilden. Was machen wir? Ja, wir haben keine Instanzen, wir wissen nicht, was wir aufnehmen, also zeigen wir euch unseren täglichen Wahnsinn. So wie wir es nennen. Nein. Nein. Na ja, dein, äh, ja, Mr. Fire ist ein wenig faul in der Richtung. Aber jetzt zwinge ich ihn mal zu. Wir laufen Karun-Quests mit euch, oder zeigen euch, wie und wo ihr die Karun-Quests annehmen könnt oder solltet. Ähm, die leichten zumindest. Dann, ähm, welche Instanzen interessant sind für Karun, welche Daily-Kram man machen sollte und überhaupt. Also, ne, so in alles im Level-60-Bereich, man bekommt auch ganz gut EP und so weiter und so fort. So, ich hab die West schon angenommen, aber ich hab die auch schon gemacht, ja. Ist ja nicht schlimm, wenn ich jetzt mit Deathbaum komme, ne? Nö, du machst ja eh kein Damage. Na, arm Arsch. Was denn? Ne, ist ja egal. Dann tankst du halt, so wie du halt sollst mit deinem Templer. So, ähm, wir sind hier in Sapan, ähm, Hauptstadt Kamar. Dort in, äh, Sapan's Volksrat, äh, hier oben auf der Tribüne, kann man die, ähm, Quests für die Daily annehmen. Und zwar einmal bei denen hier. Die sind Betoios, Betios, was auch immer. Dann Oliver, schieß mich tot hier, Olivata oder was auch immer. Und der hier hat auch Quests. Wir haben jetzt schon angenommen, ich hab die allerdings schon gemacht, also, das war jetzt eine spontane Idee. Feier hat sie allerdings. Also, die Mobs sind jeder, aber wir können euch zeigen, welche Mobs und so weiter. So, ähm, im Übrigen kann man hier auch, bei Karun, himself, eine Quest annehmen für die Seals-Klamotten. Die könnt ihr direkt annehmen, ohne irgendwelche Kampagnen fertig zu haben, ne? Feier? Ne, Kamps brauchtest du. Nein. Ja. Guckst du, Quests da, kannst du annehmen. Kamps brauchst du nicht, haben sie geändert. Seit 3.5 oder 3.0. Ich weiß es nicht genau. Seals-Equip-Quest-Reihe wie bei... Äh, Mirayo oder Fenris. Und für eine Art ist es ja schon ein geiles Equip, ne? Ja, ist es. Und das war so. Ja, pro Set-Teil 15 Millionen, glaube ich. Und, ähm, doch schon knackige Dinger dabei. So, wir machen... Nervtöten, ne? Ja, wir gehen mal zu den ersten Quests-Mobs. Und der Feier hat das Lied. Was, ich hab das Glied? Ja, das... Ne, stimmt, das hast du nicht. Bist ne Pussy. Hast du alles gepostet? Ja, hast du mir gepostet. Wollen wir erstmal... ...hittenrum raus zu den, äh... Ja, gäbe aber Hit-Büro. Ja. Oh, Mount, oder? Bisschen schnell laufen können wir ja. Was kann ich... Dann haut doch raus hier die Zeit. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ah, Labarabar. Labarabar. Also, ich musste gerade mal so viel angefangen haben. Ja, 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 ja. Damit ich das... Ach, Labarabar, du hast doch keinen Plan. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist so der tägliche Wahnsinn, den wir jetzt hier ein bisschen mit euch ablaufen. Den man, äh, machen kann. Vielleicht auch sollte. Also, ich kann natürlich gerne mal für die Platten posten oder zeigen, ähm, was man hier bekommt. Zum Beispiel Karuns Ohrringe. Ähm, Karuns. Ne, das ist ein Fallengelassener. Hier ist ein Karun-Ohrring, meine ich. Äh, Ring. Dann gibt es hier noch die Karuns, ähm, Halsketten, Ledergürtel und so weiter. Equip-Teile habe ich jetzt nicht, mache ich mit dem Kleriker. Gut, das ist ein Foto. Was? Nichts, ich habe gerade gefurzelt und habe festgestellt, das ist ein Foto. Oh Gott. Du hast get it. Rain. Ja. So. Ich nicht erinnere. Da ist er. Ja. Wo? Ne, falsch. Sicher? Ja, ganz sicher ist der Falsche. Ach so, anders aus? Ja, sieht so ähnlich aus, aber komm mal mit, der ist dahinter. Die werden auf der Map gemarkt. Ich habe jetzt hier keinen gemarkten, aber ihr seht die. Das sind die da, mit den Unterschrift-Schatten für alle Dailies, für Karun, Gedöns und was auch immer. Oh, Feier hat ge-edit. Ey, du. Ich habe meinen Target. So. Falscher Pot. War auch nicht schlecht. Nee, doch der Richtige. Und das war's. Feier. Wir können weiter. Ach. Oh. Hust. Ich hatte die Quest noch gar nicht gemacht. Jetzt habe ich sie auch. Dankeschön. Ähm, in den Übrigen, wo der Feier hier ein wenig schweigen tut. Tut tut. Ah, ich bin noch ein bisschen droggen von Lades oder ein Drogel. Ach, Lades ein Drogel. Ah, hat mich schon ganz schön angestunken. 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 Das hier ist angestunken, aber... Ja. Ähm, wollen wir jetzt zu den Pott oben laufen, oder... Wollen wir Ladeswald gehen? Lass den oben machen erst. Also gehen wir erst mal zurück und dann fliegen wir zu Jotuns Forschungslager. Wie die Wege, ne? Ihr müsst gucken, wenn ihr die Quest markiert habt. Ich habe die jetzt auch mal markiert. Jetzt ist sie aber fertig. Die poppen überall auf. Hier oben ist eine Quest. Ihr seht selber, da ganz klein, seht ihr das? Wöchentlich Gruppe. Die könnt ihr auch solo machen. Haha. Du wurdest gesleet. Ach so, warte mal. Wie war es hier da hoch? Scheiße. Wo ging das hier hoch? Hier. Aha, du wurdest mich lieb. Really? Egal. Shit happens quasi. Blödsinn, blödsinn. Was? Und halber Fisch, eh, in so vollstoppen kann, ey. Ich habe heute, ähm, Ofenkäse gegessen. Jam, jam, jam. Hm, isst meine Freunde auch manchmal auch gern. Ofenkäse. Hm. Hat so ein kleines Spaghetti. Und dazu auch gerne. In meinem Fall ist es mir so. Ja, das ist nicht jedermanns Fall, ne. Aber ich finde, ich finde es mal ab und zu, mal kann man sowas machen. Es war eine ganz schöne Bombe, soweit ich das jetzt in den Kopf habe, aber... Nu. Wollen wir erst abgeben? Oder wollen wir nachher abgeben? Ach, geben nachher. Ja. So. Wo ist sie denn? Ähm, Jotun. Einmal Jotun, bitte. So, wo jetzt die Fragen gleich wieder aufkommen. Ich sehe es euch jetzt schon in den Kommentaren. Was sind das für Flügel? Das sind die Flügel. Schwingen des fünften Ballurgebietes. Ihr habt das, glaube ich, schon irgendwo anders mal gefragt. Jetzt zeige ich es euch hier mal. Das sind die Flügel aus, ähm, Tiamatts Unterschlupf? Nein, stimmt nicht. Tiamatts Festung, oder? Ne, Unterschlupf. 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 Ja. Allerdings habe ich die aus der Veteranenbelohnung. Aber man bekommt es im Unterschlupf auch. Und der Feier, der Herr, hat die... Ups, sorry. Hust. Ich habe die Glücksflügel, die sind umgeskinnt. Ach, sind die umgeskinnt? Hahaha. Ja, wie war das mit dir? Ich möchte diese, ähm, BT-Flügel nicht mehr sehen und so. Ich kann die nicht mehr sehen. Haha, besser aus die Glücksschwinge. Warte mal. Ich ziehe mal die Flügel hier, damit man mal vernünftig gucken kann. Ich renne doch jetzt nur rum hier, wie... Ne? Kleine Waldfee, was? Äh, die Glücksflügel sind einfach mal episch hässlich. Ja, die Walurtinger sind schon nice. Ne, ne. So, mount. Mounted up, baby. Ähm, für diese Quiz gibt es auch hier vorne irgendwo einen. Da. Aber wir gehen ja zu den Hitten, weil den kann man auch solo machen. Ich weiß gar nicht, welcher das hier vorne ist. Ich muss erstmal wieder einholen, irgendwie. Ja, die Wüste ist ziemlich cool in Saban, finde ich, oder? Hm, gut. Die Mobs, ja, ich finde die Mobs hier nice. Oh, Verzeihung. Mindset, Gesundheit, was auch immer. Hier, diese hier unter der... Und die Hände sind sau nice. Die haben einen coolen Movement, wenn die dich so packen und so. Und dann so rumschleudern und sowas. Ist schon geil. Das... Ah, die Hand. Jetzt weiß ich, woran mich die ganze Zeit dieser Hand erinnert. Ähm, Frankenstein... In deinem Po. Nein, in deinem Po. Mensch, es kommt... Adams Family. Das Händchen. Das Händchen, ja, genau. Kampf für uns erst. So, das guckst du noch? Habe ich jetzt gerade eine Dingle, meine Freundin. Ich war ja nach das Doppel und so. Hier, der Mob. Das auch cool gemacht. Ach so, wir sind jetzt doch schon hinten. Naja. Na, er feiert sich hier mal durch. Wozu bin ich Templer? Das habe ich denn ja nicht drauf. Vergiftet. Heilmagier. Bla, bla, bla. Oh, Gott. So. Ja. Schnurstracks rein. Den Umhauen wieder raus. Egal, was man in der Erde hat. Hier muss man nicht großartig was machen. Irgendwelche Mages. Zimmern hier. Sag ich mal hier. Sturmstrah... Sturmstrak. Sturmschlag drauf oder sowas. So, raus hier. Sturmstrak. Sturmstrak. Sturmstrak! Yeah! Oder was auch immer. Dann fällt das Ding recht schnell. Haha. Das ist gut am Deathbaum. So, das Ding kann man halt machen. Das war jetzt die Gruppe, äh, Gruppen-Daily, ne? Wöchentlich oder allerdings. Wöchentlich Gruppe. Ja. So, jetzt haben wir hier noch die Allianz auf. Die machen wir in der Regel nicht, aber wir gehen jetzt mit euch dahin. Zumindest mal gucken. Ähm... Jetzt sind wir zum Flugporter wieder. Warum laufe ich vor? Ich bin immer alleine im Bild. Ist doch scheiße. Herr Templer. Egoist. Egoist. Du hast geedit. Ja. Nyao. Äh. Nyao. Scheiße. Ich hab keine... Flugzeit, würd ich sagen. Jetzt. LOL. LOL! Nyao. Alter, was? Du... Assi-Kopp. Hä? Nicht du. Wo stehst du abgang? Wie? Wo schon hab ich grad'n Ed? Wo bist du denn? Ein Stück weiter vorne. Ja. Nicht hätte ich. Laut... Laut Map sogar ein ganzes Stück. Ja, ja. Ich bin stehen geblieben, musste der Mopawn. Der hab' ich grad' extrem genervt und so. Dachte er will mich mal und so. Dann hab' ich ihn mal und so. Aha. Und? Wie war's? Geil. Hahaha. Hahaha. War's wenigstens ein Händchen? Ja, ja, natürlich. Die Linke natürlich, ne? Hahaha. Die Fremde. Hahaha. Hahaha. Was? Hahaha. Scheiße, Mann. Ach ja, hier hoch war das ja. Äh. 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 Ich muss mich hoch... Hast du dich grad' schon weggeportet? Ich port mich schnell. Ich fliege. Ich fliege. Hahaha. Hahaha. Ich kann auch hier hochlaufen. Ist ja auch dann entsprechend bequemer. Ja, dann warte bitte da hinten, ey. Echt, mei. Läuft's ja schon wieder so schnell vor. Ach, das ist ja... Mmmh. Der da. Ohhhh.